so willkommen zurück ich bin noch nicht ganz sicher wo wir lang müssen allerdings laut einer beschreibung die ich aus dem internet habe so zuverlässig wie die nummer sind also ich soll jetzt einfach mal wieder den weg zurückgehen durch den lüftungsschacht den ich gegangen bin anscheinend kann ich da irgendwo abbiegen also noch mal rein lüftungsschacht aber da kann man nirgends abbiegen aber hier ist natürlich öffnen kann schon mal etwas das ist mehr als ich vor hatte so jetzt bin ich hier da kann ich auch was schieben das war wahrscheinlich der lüftungsschacht den die gemeint haben entschuldigung einer nach dem anderen so der wartet da unten ich hoffe du warst nicht darauf dass ich hochkomme runterkommen ich habe noch einen schuss mit der schrotflinte kein mit der was ich richte jetzt hier mal schnell so pistole habe ich gegen karabiner ausgetauscht geht weiter wenn ich da hochklettern ich will da hoch ja nein das ist scheiße hab ich beide erwischt einer ist noch hier das ist noch hier das ist noch hier auch keine munition mehr das war jetzt echt knapp aber gut dass der munition hat nicht nur munition mit Schuss, auch gut den Moltov-Cocktail von dem kann ich nicht einnehmen hat auch einen Moltov-Cocktail aber der hat nochmal so, ok ein Schuss, einen weiteren Schuss für den Magnum ok, ich höre einen Gong, das ist doch schon mal gar nicht schlecht das klickt nach Kirche, klickt nach Cathedral ok, da oben muss ich hin die Frage ist, wie komme ich da hin muss ich erstmal wieder hoch irgendwie da, komm ich vor und ein Stufenanstieg, juhu und eine Limonade hier da ah, eine Leuchtrakete, ok, die brauche ich nicht unbedingt so, von hier bin ich gekommen drüben will ich hin ok, dann muss ich hier durch die durchkriechen da fallen ach du shit halt hab ich hier irgendwas getroffen halt hab nur die Aufmerksamkeit auf mich gezogen hab nur die Aufmerksamkeit auf mich gezogen na ja ich nie da über das so da haben wir noch ein energy drink den nehmen wir auch noch wieder auf voller munition karabinermunition das blende jetzt extrem jetzt glück habe sind alle da runter gefallen dann machen wir jetzt was anderes wir gehen jetzt darüber und schauen ob wir mit der granate arbeiten können weil im wasser bringt es nicht nicht viel wenn ich da molotov cocktail runterwürfe aber eine granate könnte was bringen ich habe gerade freigeschaltet irgendein achievement von ubisoft habe ich gerade freigeschaltet ja 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 können die natürlich jetzt alle gut aber ich will da rüber jetzt hin Ah, da. Verstehen. Tja, an die Pistole-Munition da drüben komme ich auch nicht ran. Wo ist sie denn? So, da haben wir wieder einen. Irgendwas für einen Raben. Hm? War der Datenturber da ist ein Fehler aufgedreht. Wenn das Problem bestehen bleibt, wende ich an den entsprechenden Kontenberater. Ah! Okay. Was war denn das? Leider. Ah, jetzt bin ich in dem Raum. Okay. Können wir hier erstmal die Stange entfernen, dann haben wir hier die Abkürzung. Okay, jetzt sind wir wieder in dem Flur. Okay. Wo komme ich jetzt hier raus? Das sind zumindest keine Zombies. Schmeiß den Idioten in den Käfig, Tim. Die Show muss weitergehen. Der Schwach, weißt du? Also Mann, sag Hallo zu deinem neuen Herrn. Applaus, Bruder. Für König Boris. Danke, Timothy. Und jetzt scheucht die Löwen auf. Also, es sind Pflanzen leicht. Du musst nur lange genug überleben, um deinen Bob da drüben... Wo ist mein Bob? Dann gewinnst du! Gibt's etwas Einfacheres? Mögen die Spiele beginnen! Ja! So, dann lassen wir die Kacke mal dampfen, ja? Oh, hoppla. Das war ein Tipp, oder? Ich und mein großer Hund. Schau, ich hab dir ein Gewehr dagelassen. Bin ich nicht großzügig? Ein kleines Problem. Kaum Kugeln. Immer diese Gitarrkürzungen. Und wo ist da, bitteschön, das Gewehr? Ja, tut mir leid, aber du bist in unserer Falle getrappt. Nur ein bisschen seichte Unterhaltung. Nicht mehr. Brot und Spiele, verstehst du? Sehr wichtig für den Pöbel. Und du bist erst da! Aufregend, oder? Und wo hast du, bitteschön, mein Gewehr? Was du mir versprochen hast? Ah, okay. Schließen. Na toll. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wo ist... Also hier ist einmal eine Türe, da bin ich gerade durch. Da komme ich nicht durch, weil ich dann Dietrich brauche. Ah, da ist eine Pistole. Guck da. Geh zu dem Feuer. Wir haben noch Haufen Weiß davon. Sehr billige Arbeitskräfte. Hier sind noch ein paar Freunde für dich. Zag erlob zu unseren unmenschlichen Bomben. O、 auch hier ist eine Pistole. Glaub, da sind Glückwünsche angebracht. Hier, ich öffne dir das Tor, damit du gehen kannst. Sieh dir das an, ein echter Londoner Bus. Nicht so ein Gelenkbus, Scott. Und umdrehen noch ein paar Böbeln, weil ich wieder bin. Sorry, dachtest du, du kannst die Arena verlassen? Wohl kaum. Und, oh Mann, da kommt sie. Sollen wir ihm noch einen Tipp geben, Sarah? Wie wär's mit, gute Miene zum bösen Spiel? Es geht zwar um dich, aber wenn du gute Miene zeigst, hast du ne Chance. So, die Miene hab ich da hin platziert. Wahrscheinlich hätte ich die, ach verdammt, wahrscheinlich hätte ich die da vorne platzieren sollen. Ja, das war jetzt ein Fehler. Ja, das war jetzt dein Glückwunsch nochmal. So, wir sind Glückwunsch. Schüllen es��анич hat und auch wenn du gut bei mir die headquarters ber хочешь. Donner Kadri. Und wir können jemanden zum bösen-Generationsczenie gehen. Da war jetzt noch eine Bühne zu посмотрим. Ohioi habe ich da vorne買 Marion. Gehen wir das." Ich bin glüh地, fertil Vielen Dank.